Chicken, 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 chicken wings, chicken, nice chicken, give me chicken, I'm okay, don't give me chicken, it's a problem. Hey FIFA Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und heute spielen wir mit den stärksten Spielern in FIFA 16. Wir haben es ja schon gemacht, mit den kleinsten Spielern, mit den größten Spielern und heute wie gesagt mit den stärksten. Und hier oben sehen wir schon Akin Fenwar, der Pumper vom Dienst, Ibrahimovic ist auch ziemlich, ziemlich stark in diesem Spiel, Lukaku, hier unten haben wir Samba, ist auch hart, Leno ist nicht so stark und natürlich Hulk, der Mann ohne Hals, Alter. So, wir versuchen jetzt mal ein Spiel zu gewinnen, es geht los mit den Pumpern. So, Freunde, hier ist auch schon der Gegner, Mandzukic vorne drin, Baka glaube ich, linker Stürmer, ja, also die kann man auf jeden Fall schlagen, Reina im Tor. Freunde, wir sind stark, unsere Spieler sind nicht umsonst Tiere, meine Masche heißt auch übrigens Tiere, die habe ich Tiere genannt und ja, jetzt geht's los. Oh, Akin Fenwar auf dem Weg zum Tor, Junge, 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 der ist halt auch nicht schnell, ne, der hat einen Pace von 46, ey, aber jetzt pass auf hier. Oh, Schich, Schich, kommt die Flanke, die kommt nicht an, egal, nochmal, auf Ibra, Alter, Ibra, mach den rein, Zucker. Wie er ihn reinlust, Wahnsinn, der Typ, Alter. Der braucht echt nur eine Chance, ne, und dann macht er sie rein, Nico, eiskalt, zack. So, Akin Fenwar startet wieder da. Und, kommt der an? Ja. Ja. Wie geil war das denn? Das habe ich dir noch nie gesehen, Alter. Lukaku. Und das 2 zu 0. Aber eigentlich von Akin Fenwar, er wusste einfach, dass das passiert. Oder kannst du aber auch echt mal schnell einen Schädel Basis pro Fohr, wenn der Torwart da rauskommt, ey. So, jetzt, Akin Fenwar, lauf, Junge, lauf. Du bist das Laufwunder hier. Und auf Ibrahimovic, der kommt nicht näher dran, wir haben trotzdem noch die Pille. Jetzt auf Akin Fenwar. Mach den Frichter, Junge. Jawohl, jetzt. Zieh ab. Och Gott, was hat der für einen Schuss, Mann. Du, der ist halt nur ein 64er, ne. Ist trotzdem aber eine FIFA-Ikone. Oh, jetzt ist er wieder Akin Fenwar, Alter. Jetzt legt er sich den Ball vor, jetzt rastet er komplett aus. Und was für ein Zuckerball kommt der noch dran? Ja. Oh, was? Aber wieder eingeleitet von dem Biest. Himself, Alter. Ja, der ist für Ibrahimovic, der ist gut. Jawohl, der macht rein. Und das 3 zu 0. Ibrahimovic. Das Torphänomen. Aber da merkt man auch, was er für einen Körper hat. Der lässt sich hier gar nicht beirren. Und dann macht er auch mit links rein. Oh, schön, wie der den Ball verteilt. Jetzt Lukaku, den machst du auch rein. Und 4 zu 0. Booyah in der 38. Dieses Team lässt sich einfach spielen wie Zucker. Wahnsinn. Hier, einmal Hulk. Nee, Hulk war, dass er sogar den Ball gespielt hat. Wunderschön. Komm, wir wollen zu 0 gewinnen. Nein! Und dann macht er so einen Sonntagsschuss. Nein! Fuck! Hä? Als ob. Ich dachte, er hat 90, Alter. Was ist das denn für ein Lappen? Wahnsinn. Als wäre er gegen eine Mauer prall. Guck dir das mal an. Hey, fuck, man. Und er schießt wieder ein Tor. Die Abwehr ist der reinste Schrott, Alter. Die bewegen sich ja auch wie meine Oma. Was? Als ob. Was denn? Das ist nicht sein Ernst, Alter. Und er schießt das 4-3, oder was? Was für ein Spiel, Alter. Wahnsinn. Ich führ hier 4-0. Und er schießt innerhalb von ein paar Minuten drei Tore. Was für ein Jimmy, ey. Oh, schönes Ding da. Schönes Ding. Und jetzt Hulk. Gehalten. Ach, die Femma kommt nicht mehr dran, Alter. Aber Lukaku jetzt mit einer Granate. Lukaku. Mann, oh Mann. Komm, nochmal nach vorne mit Lukaku. Die Femma spielt hier den Ball. Aber die sind dann einfach zu langsam vorne. Die sind dann einfach zu langsam. Das ist abseits. Das ist abseits. Jawohl. Dass wir kein Tor mehr gemacht haben, der 2-1,5 hat sein Ernst ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Challenge gemeistert. Und, Freunde, ich würde sagen, probiert das doch selber mal aus, mit den ganzen Irren zu spielen. Mit den wahnsinnigen Pumpern. So, und hier wunderschönes Tor von Ibra Dimović. Ja, Freunde, wenn ihr es, probiert es unbedingt mal selber aus. Das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Like. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, euer Peter und tschauzen.